ist nicht sowas eklig ist wie renne von schnell von a nach b damit diese fucking ladung sich nicht entlädt das geile angewerst man hört wie fett diese kugeln raus doch das ist genau so eine mission so und das ist das letzte fick dich Dankeschön noch ein sender meine fresse wieviel daten wollen die denn noch haben reicht das nicht so ok dann wollen wir mal gucken wie anstrengend oh ne hier hoops wer da kommt was rein ah ja das ist gut ich bekomme gerade was über besessenen rundgänger auf dem schiff freuen wir haben bereits ein hotspot an bord werde die feule los hüter ja 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 besessen abballern das ist aber auch besessen na ein ganz normaler ritter wo ist hier ein hotspot hier ist gar kein hotspot wir sind ein paar schar unterwegs immer noch tschüss 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 tsch 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 wie können sie sich sind gefeuert oh ne oh fuck you ohne witz ich hasse springen hab ich das schon mal erwähnt boah das war little bit crazy wie weit muss ich denn noch laufen für den scheiß gibt es auch kein cooles fragment oder sowas doch da gibt es eins ich sehe es ich sehe es fuck you ohne witz immerhin tauche ich beim sprung hier auch hätte wahrscheinlich gleich rechts gewusst in dem Moment wo ich gesprungen bin habe ich mir schon eigentlich fast gedacht dass ich gleich rechts muss ah doch kein vorgräns Wo sind wir her? Äh, hallo? Ist hier jemand? Wahrscheinlich hätte ich das mal analysieren können. Ach shit, ich dachte, hier ist ein cooles Fragmentchen. Ah, was für ein Scheiß. Ich hab mal in fucking Zeit verschwendet. Wenn jetzt cool wären, hätten sie hier ein Fragmentchen getan. Haben sie aber nicht. Hier habe ich mich hier... Okay, doch nicht. Es gibt kein Fragment für mich, ne? Wieso nicht? Wieso gibt es hier kein Fragment für mich? Finde ich jetzt nicht so cool. Ja, klasse. Da hab ich den Fußboden näher kennengelernt. Er ist 35. Er hat gesagt, er hätte gerne sexuelle Erfahrung mit mir. Ich wollte nur noch sicher gehen, dass es da kein Fragment gibt. Braucht gar nicht so dumm schauen. Ich hab's genau gesehen. Ja. So. Gott. Fuck you. Fuck you. Hey, jetzt mal ganz ehrlich. Fick dich halt, Small. Ich komm nie wieder, hab ich hier wieder weg. War total doofe Idee. Ey, wenn ich jetzt so diese fucking Mission abbrechen muss, dann äh, war's das mit 12 Stunden beim Stück spielen. Tja, auf YouTube kann ich schneiden, ne? Kein Problem. Nein. Für mich bin ich doch viel zu faul, mir das jetzt extra rauszuschneiden. Kann ich wirklich nicht gerade jumpen? Oh, diese fucking Kante! Fick dich! Das war sicher! Das war so safe und nein, ich hofer zurück. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt sag ich diesen scheiß Jump schon wieder machen. Boah! Jaaaaa! Dies ist was für den Scheiß. Jetzt gehen wir den selben Weg nach unten, ganz ehrlich und dann ist gut. Irgendwann mal farbe ich mir diese Fragmenten zusammen Und hole mir nen Guide oder so Wo die ganzen scheiß Dinger drin stehen So 10 Minuten verballert für nix 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 Bist du jetzt mal tot oder Ja Aber kein starkes Schild 10 Minuten verballert für nix Ach da war doch Munition Munition Das Tja dann müssen wir ihn besuchen gehen 220 Munition hat uns dieses Risiko gebracht Wie soll ich denn noch auf den einballern Ja 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 Oh, ich habe mal ein Kid-Munition, habe ich gar nicht gesehen. Okay. Warm, warm. Ach, jeder zweite Schuss geht aber auch daneben. 83. Klasse gemacht, Fetterzocker. Ziel ist nicht deine Stärke, was? Den ganzen doofen Effekten sehe ich gar nichts. Ich habe dich intentions. Was ist die Unterschiede? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, okay, okay Kommt ihm guten Schaden zufügen Yes, sehr gut 25 legendäre Marken 25 legendäre Marken Habt ihr das gesehen? What the fuck? Und der Händler ist noch in der Stadt Yes Ja, aber der will gar nicht die Dinger, der will Marken haben Davon haben wir auch ein paar bekommen, weil wir die Kampagne abgeschlossen haben Oh yeah, gib mir geile Sachen Oh, wir sind jetzt schon 38,5 Machen wir auf jeden Fall die 40 voll was Aber zuallererst gibt es erstmal eine schöne, dicke Pause für mich Erstmal chillen, vielleicht ein kleines Video hierhin anschauen und da meine Augen beruhigen Oh, meine Finger Das Oh, 54 Intellekt Ja Ihr seht, das ist der Durchschnittsrüstungswert So, da reicht sowieso erstmal nichts dran Gut Seht ihr soweit ganz gut aus Na Uh Sturmtron Lädt sich schneller auf, wenn die Verbindungen in der Nähe sind Fall in der Nähe Schauen Cool, cool Okay Gut Okay, dann gehen wir noch Ja, okay, ja, gut Nehmen wir noch schnell den Standardweg mit Und, äh, dann würde ich sagen, wir ziehen uns da in der nächsten Folge wieder Genau Bis dahin sage ich, nein Das mache ich jetzt Ich habe euch gesagt Ich nehme euch noch schnell mit zu dieser letzten Runde Und dann entlasse ich euch erstmal für heute La Le Dra Dra Da Dra 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 La denn jetzt sind wir da wahnsinn das dauert immer eine minute in der minute hätte ich schon längst so sachen machen können so dankeschön dankeschön dämmischön 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 so okay gleich zwei doch das universum seiner wunderbaren komplexität existiert weiter ja meine nachricht von dem unwahrscheinlich sind alle orte halten der gläsernen kammer schießt die mission paradox ab okay solange sie lange machen kann genauso wie die ähre des turms aufrecht zu halten den traum der stadt am leben zu halten und siehst so das hätte mir jemanden nichts anderes halb so viel spaß gemacht gut der brückenkopf der legion findet das kaputt stoßt ob die kern des grabschiffs in die luft springen schließen den strike schild wieder ab die kawale machen einen keine halbgehauen sachen wir haben ein kriegsschiff in das grabschiff abstürzen lassen per armbefehl erstellen sie einen brückenkopf damit die legion oryx throne eingreifen kann jetzt haben sie gerade eine neue operation gestalten nehmen sie den kern der schiff in die luft jagen wollen soll das grabschiff explodet wird alles zwischen uns bis zu den ringen des saturns auch geröstet geh du nach draußen nicht begeben mich an den kommst wir werden der zavala stolz machen oder wenigstens nicht peinlich berührt das ein gutes so suchen haben wir jetzt ein paar drei seiten voll von suchen da besessenen champions und merkwürdige objekte ja das dafür muss man strikes machen für die champions dann brauchen wir noch ein merkwürdiges objekt um das abzuschließen ja das wird auch noch interessant da genau paradox und genau das bringt mir sogar okay spezialwaffen upgrade vorruf ok 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 doch freue ich ja nice 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 oh 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 hä 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 was wollten die alle noch von mir ja das problem ist ich bin noch nicht level 40 das ist ein problem latente hof ohne eine mystische ohne die die scharenergie ausstrahlt setzt sie bei einer startung hoch von überwuchs ein reziprok herrungen der beschwerungs ohne ein volles lichten 190 ja nur denn dass man uns leutern zum hofen aus darauf beschwert bitte die sonnlose zähler nehmen cool die dunkelklinge schießt den strike die sonnlose zähler stufe 1 bei der tun so ok und aber stufe 2 überhaupt irgendwas zu kaufen geist herstellen zum einmaligen einsatz für spitzende augenblicklich auf zwei wachs kürzgötzen und dann können wir das umsonst holen auf gut deutsch super ok bekommst extra prämien wenn du oryx im knicks stürz rate mit mindestens 20 davon besiegst 20 bruchstücke das sind allein 50.000 glimmer wo willst du das hernehmen klingt nicht sonderlich logisch ja was sagt mein inventar was haben wir denn jetzt alles geiles vor ort auszeit aus dass du fort geholfen hast kann gegen fort vorruf eingelöst werden es ist mir eine ehre ja klar boah schmerzstil rang 1 berichtigt tschüss rot nein würde ich doch gar nicht verdammt das ist ja auch neugierig und er gibt mir eine schüssel geil nice mich bei die gesellschaftsamen minzen oh ich habe so das gefühl dass wir so viel zeug von dem jetzt haben dass wir damit was anfangen können ich habe so ein gutes gefühl ich hätte gerne exotische ausrüstung bitteschön dankeschön exotische waffe zum beispiel das wäre nice ja wir haben noch 6000 glimmer das heißt da kann man gut blut mitnehmen noch ja oh yes geil können wir stabil war effekt mhm titan jäger yes das ist meins ich habe genau genug münzen um mir eins dieser dinge auszusuchen panzerhandschuhe stärke 50 von 63 gewährte landfall schalte den sturm beschwörer fokus konnten landfall gratis weil wenn der sturm trotz eiser ist lässt du den blisten boden einsteigen und seit sphären schocken unter dir oh wurm spore wo kriege ich denn das her exotisches bruchstück dann hole ich mir lieber das in gramm ehrlich gesagt so kacke wie das klingt aber dann hole ich mir das ich hoffe es wird sich auf jeden fall darüber freuen dass ich denen da was geiles mitbringen obsidian wille 250 legendäre marken 25 von 60 130 ok das war noch nicht so viel was wir bekommen haben ok obsidian wille ja klar klar sperren wir das so nova bombe reduziert kills mit der nova war reduzieren die abgibt seit der nächsten nova bombe helium film film filamente ok klingt doch alles soweit ganz gut nice ok jetzt mit drei stunden dreißig eigentlich komplett drüber mit mein zeitfenster so jetzt ist schluss wir sehen uns bei der nächsten folge wieder und ja bis dahin bis dann ciao